Und da sind wir auch schon wieder. Jo, wir wollten das hier wegmachen alles. Und ja, was tun wir jetzt auch mal gerade? So. Dann... Ja, so könnte es bleiben, theoretisch. Praktisch, nein. Äh, Scherz. Das... Das war auf jeden Fall ein Scherz, nur wer es wissen will. Dann könnten wir hier eine lebende Erde machen. Das ist alles, die schon platt ist. Sieht das auf jeden Fall schon mal besser aus als vorher. Ja. So. Gehen wir nochmal nach Hause. So. Wapp. Komm schon. So. So. Dann... Ups, sorry. Okay. So. Dann könnten wir... Dann könnten wir und dann könnten wir... das machen. Dann könnten wir das so machen. Dann könnten wir das so machen. Und du bist ja unbedingt dagegen. gehen wir mal wet. So. So. Ach shit, wir wollen nur noch Erde holen. Man, ich unkluge Mensch. Drei Stacks Erde sollten reichen. Jetzt gibt's auf. Zack, was ist das? Ich wusste es, sie gibt auf. So. Toll, mehr haben wir nicht. Ey, komm, wie schnell geht das alles aus? Hm. Dann könnten wir... Wahrscheinlich hier kein Skelett ist. Mal ein bisschen puddeln, puddeln. Ja, heu nicht rum, ey. Ich hab auch noch was zu tun. Hm. 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 Mäh. So. Dann... ja. Äh. Miau. Äh. Was? Wer war das? So. Oh, ich bin so doof, ey. Ich bin... Oh, wie doof bin ich eigentlich? Joach, so. Oh, wie? Ich bin müde. Äh. Öh. Äh. 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 You can only see tonight, eh, at night, ha, tonight, ne? Ach ja. Juuu, es geht. Es geht, es geht. So, na, ouch. Upsala. Ich glaube, ich gehe doch lieber hier. Gucken, wie weit mein ganzes Zeug hier ist. So. Ey, ist so geil geworden, finde ich. Also, ich finde, ihr könnt mal auch eine Bewertung abgeben, wie das Haus geboren ist. Okay, das Dach müsst ihr noch nicht kommentieren. Das... Ob... Boah, wie doof bin ich eigentlich jetzt mal ganz ehrlich. So. Ihr könnt ja mal eure Bewertung abgeben, was ihr meint, wie es aussieht. Und ja. Okay, wir machen es einfach so. Eins ist schlecht, sehr schlecht, übel schlecht. Äh. Und zehn ist sehr gut. Hammer. Hammer cool. Äh, frag mich. Und dann, ja. Und fünf ist eben Mitte gut. Ja, ist okay. Also, schreibt mal in die Kommentare. Eins, fünf, zehn, zwei, drei, acht, neun. Und frag mich. Schreib's auf jeden Fall in die Kommentare. Sonst komme ich. felly, wer ist ruhig. Ja, dass ihr ein Creeper Gold kommt. Opsala. So, lalala lalala. dann 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 So Äh, äh, nee Okay, so weit müssen wir uns jetzt auch nicht vorbauen Äh, vorbauen, so Hm Das könnte mir machen Was sollen wir machen Warte So ging das doch, ne? Nee Satisfier's Tech-Crafting Terrible Bohohoho Ach, wie ging das denn nochmal? Ah, komm hier Ja So 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 Nicht Das ist doch jetzt auch egal Dann hoffen wir mal, dass er nicht zu groß wird Und das muss ich wieder leider fallen Ja, aber das war's Äh, das war's Äh, das war's heute wieder mit einer Folge Minecraft Ja, ich wünsch mir, dass ihr wieder nächstes Mal dabei seid Und dass ihr eine Bewertung zum Haus abgibt Außer dem Dach Das ist mir natürlich klar Das ist mir natürlich klar Aber, ja, ich wünsch mir eben eine Bewertung von euch und bis dahin sage ich noch tschüss und bis bald So 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 So